Aber wir legen auch schon mal los, er wärmt sich ja langsam aus, er kommt langsam in den Pfad. Mit einer unbeschreiblichen Eleganz und flüssigen Bewegungen, wie ein Tänzer beim Tanzfinale. Das ist auch eine sehr schöne Umschreibung des Ganzen, das hat Eurovision Song Contest Qualität hier. Ja definitiv, vor allem bei Performance. Performance ist erstklassig, da könnt ihr aus Deutschland antreten.